Dein Geld, Deine Verantwortung mit Sven Hallo und herzlich willkommen bei Dein Geld, Deine Verantwortung. Mein Name ist Sven und wir schauen uns heute das Depot-Update für mein Venture-Depot im Monat November an. Da nehme ich euch auch direkt rüber in Portfolio Performance. Hier sehen wir, wirklich ein sehr, sehr positiver Monat. Ja, plus 5,36%. Also sehr, sehr stark. Wir gucken uns auch gleich nochmal an, wo das Portfolio Year-to-Date steht. Aber insgesamt wirklich ein sehr, sehr positiver Monat. Wie sieht das Portfolio aktuell aus? Größte Position Nvidia mit knapp 18%. ASML 12%, der VanEcke Gaming ETF mit 12%, Shopify mit 10%, Amazon mit 10%. Ja, der Comdirect, also praktisch das, was jetzt übrig ist von dem Verkauf von Zooplus war das damals. Das ist eben noch auf dem Verrechnungskonto drauf, was dann eben in dem Fall hier Comdirect heißt. Shop Apotheke mit 8%, Mercado Libre mit 8%, Alibaba mit knapp 7%. Ja, und noch ein ganz, ganz kleiner Teil ist ja erst neu mit dabei im Sparplan hier. HelloFresh mit 2,29%. Wir haben die einzelnen Papiere abgeschnitten im Monat. Also, das ist schon verrückt. Ja, Nvidia knapp plus 29%. HelloFresh mit 27%. Die Shop Apotheke mit plus 22%. Wir werden gleich, wenn wir auf die Year-to-Date-Ansicht stellen oder den aktuellen Monat uns auch noch mal zumindest als Sneakpeak angucken können. Das sind vor allem die Titel, ja, HelloFresh und Shop Apotheke, die auch massiv nachgegeben haben. Wieder Shopify mit knapp 9%, Amazon mit knapp 8%, VanEck 7,7% ASML fast unverändert. Mercado Libre minus 17% und Alibaba minus 21%. Also schon, ja, sehr, sehr starke und heftige Bewegungen mal wieder, die es da bei den einzelnen Titeln gegeben hat. Insgesamt aber wirklich, ja, eine sehr, sehr schöne und positive Entwicklung. Portfolio insgesamt aktuell ja 2795 Euro wert. Und wenn wir es noch mal von der Performance vergleichen im November 5,4%. Und hier waren wir im November in meinem Dividenden-Strategie-Portfolio bei minus 1,1%. Das heißt, da war das Portfolio hier deutlich stärker. Wir könnten mal auf eine andere Ansicht gehen. Und da sehen wir insgesamt, ja, für das Gesamtjahr plus 11,51%. Woran liegt es? Wir sehen es hier, ne? 5,4% war ein starker Monat. Der Dezember aktuell hier im Venture-Depot komplett rasiert, ja, minus 9,3%. Das ist schon, ja, nicht allzu wenig, ne? Wir können uns mal gucken, woran das liegt oder welche Positionen da besonders abgestraft worden sind. Eigentlich alle, ne? Aber insbesondere die zwei, die letzten Monat sehr gut waren, ja. Also HelloFresh sehr stark, die Shop-Apotheke sehr stark. Aber auch Shopify mit minus 13%. Nvidia minus 12%. Der von der Gaming-ETF, ja, mit minus 7,4%. Also es ist alles aktuell rot. Das kenne ich so gut. Es sind auch nicht so viele Positionen. Aber ich glaube, das hatte ich nicht mal im Corona-Crash bei meinem Dividenden-Strategie-Portfolio. Irgendeine Position war immer irgendwie zumindest ein bisschen grün, ja. Aber das ist schon, ja, schon sehr, sehr heftig. Und es ist dann natürlich durchaus, ne, wenn man es sich hier anschaut, relativ, ziemlich mal ein Stückchen, relativ stark rasiert worden. Aber auch das gehört dann an der Stelle zu, oder dazu. Und, ja, wie gesagt, ne? Also, wir können es nochmal umstellen. Year-to-date. Dann machen wir hier auch nochmal das Diagramm. Also es ist schon, schon, schon Wahnsinn, ja. Zwischendurch dann mal knapp, ja, knapp 30% war das Portfolio. Im Plus und jetzt dann doch im Dezember wieder sehr, sehr stark abgefallen. Hier dann das Dividenden-Strategie-Portfolio hingegen, ja, relativ konstant weiterhin im Dezember. Sehr, sehr positiv bis dato. Bei mir zumindest. Und bin da, bin da insgesamt mit der Entwicklung sehr, sehr zufrieden. Ich bin auch ganz zufrieden und ganz happy, dass eben das Venture-Portfolio, ja, nur einen ganz, ganz kleinen Anteil hat. Und das Verhältnis, wenn man sich das überlegt. Na, wir sprechen hier über knapp 76.000 Euro. Und hier dann eben über knapp 2.500 Euro, was der aktuelle Wert betrifft. Von daher, ja, es ist ein kleiner Anteil. Ich glaube weiterhin sehr, sehr stark an die Unternehmen, die sich hier im Portfolio befinden. Aber es ist natürlich auch krass, eine Alibaba 50% nachgegeben dieses Jahr aktuell. Das ist schon, ist schon heftig. Und man muss ja noch dazu sagen, ich habe ja die Sparpläne auf den Unternehmen laufen. Und das bedeutet ja auch, ich habe ja den Kurs von Alibaba zwischenzeitlich auch immer wieder so ein Stück weit. Ich kann es ja mal anklicken, mich mal so ein Stückchen ziehen. Man sieht es, ich habe ihn ja eigentlich auch permanent irgendwie verbilligt. Ja, wir kommen in der Spitze hier bei 266 waren es jetzt oder 65, ne, 66 sogar. Und stehen aktuell, ja, bei knackigen 105. Also die Aktie hat es komplett zerschossen. Der Sparplan läuft natürlich trotzdem weiter. Und ich glaube auch trotzdem weiter langfristig an Alibaba. Aber so kann man sehen, wie sich Dinge ändern können. Wie sich Einschätzungen ändern können. Zwischendurch hieß es ja, jeder, der nicht in China irgendwie aktiv, der direkt beteiligt ist, der macht einen Riesenfehler. Ja, so, jetzt ist dann irgendwie die vorherrschende Meinung mal wieder, oh ja, von China hin, vielleicht lässt man doch die Finger weg. Ich meine, ich habe ja den Großteil vor allem in meinem Dividendenstrategieportfolio über den China Large Cap ETF da an der Stelle auch abgedeckt. Und ja, das passt für mich. Und das ist jetzt natürlich nicht super, aber das sind auch Dinge, die gehören dann einfach dazu. Auf der anderen Seite, ne, die Zooplus-Aktie über 100%, Nvidia jenseits von 100%. Und das hast du dann einfach auch, wenn du weniger Titel hast und vor allem in Unternehmen hier investierst, die in starken Wachstumssegmenten weiterhin unterwegs sind. Gut, jetzt Amazon ist jetzt so mit Abstand größte Position hier. Nvidia ja mittlerweile auch sehr, sehr groß, was die Marktkapitalisierung betrifft. Aber trotzdem aus meiner Sicht ja jetzt natürlich keine Pommesbuden, aber jetzt auch abgesehen jetzt, wie gesagt, von Amazon und Nvidia auch nicht die aller riesigsten Unternehmen. ASML mittlerweile auch etwas größer. Sie sind natürlich auch alle, ja, in den letzten Monaten stärker auch gewachsen, ja, wenn man sich hier anguckt. ASML hat sich ja auch fantastisch entwickelt. Nvidia, ne, ich hatte es ja schon mal gesagt, meine Eintragungskünste hier unten. Auf jeden Fall ein spannendes Experiment, wie ich finde. Ich werde das auch im kommenden Jahr weiterführen. Ich werde da auch erst mal keine Veränderungen vornehmen. Das heißt, die Titel, die ich dort bespare, werden auch in dem gleichen Maße, also alle weiterhin, kann ich da nochmal rüber gehen, auch alle weiterhin mit diesen 25 Euro ganz normal bespart. Die Positionen, ja, werden größer und größer hoffentlich. Gucken wir mal, wie sich das Portfolio dann verhält. Hey, ich hatte ja gesagt, mit der, hier, der Verrechnungsposition, also Verrechnungskontoposition, wo jetzt Comdirect steht, da habe ich ja vor, Chewy zu kaufen. Das werde ich dieses Jahr nicht mehr machen, aber dann voraussichtlich am Anfang des nächsten Jahres. Das wird dann, je nachdem, wie lange ich da warte, die größte Position vorerst sein. Da wird es dann keinen Sparplan geben, sondern nur ein Einmalkauf. Und ansonsten, Nvidia, ASML, Data Gaming, ETF, Shopify, Amazon, Shop, Apotheke, Mercado, Libra, Alibaba und HelloFresh, die einfach jeden Monat weiterhin, ja, mit den 25 Euro bespart werden. Ich bin gespannt, wie sich das ganze Portfolio entwickelt und verhält. Aber es ist für mich ein super, super interessantes Learning, dass es eben Phasen im Jahr gegeben hat, wo das Venture Depot deutlich besser dastand. Und jetzt zum Jahresende, es sind natürlich auch alles immer nur Momentaufnahmen und Momentbetrachtungen. Sowas kann sich natürlich nach zwei, drei Monaten auf einmal wieder verändern auch, ja. Das Spannende für mich wird zu sehen sein, ich habe ja tendenziell hier auch Unternehmen, die ja viel davon profitiert haben, dass es sehr viel günstiges Geld im Markt gibt. Es gibt ja sehr, sehr viele anstehende Veränderungen, Zinsanhebungen, die ja dann auch von FED und so weiter angekündigt worden sind. Sondern es wird sehr, sehr interessant sein, wie sich das Ganze hier weiterhin verhält und was für eine Richtung es sich einfach bewegt. Ich halte aber trotzdem weiterhin dran fest, das gehört auch dazu. Und ja, es reicht noch nicht ganz, aber wenn man es zusammenrechnet, irgendwie 76,5 und die zweieinhalb hier, dann sind wir ja zumindest ja bei 78,79, also bei knapp 79.000 Euro, was das Gesamtportfolio hat. Ich muss ja hier im Dividenden-Strategie-Portfolio noch ein bisschen was investieren. Das heißt, vielleicht reicht es ja sogar, wenn man es zusammennimmt, dann dieses Jahr noch für die 80.000. Aber wer weiß, was in den letzten Tagen im Dezember noch passiert. Wir werden es auf jeden Fall miterleben und ja, bin ich definitiv gespannt. Ich hoffe, das Update hat euch gefallen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich selbstverständlich auch immer über ein Like und über ein Abo. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Bleibt gesund und bis dahin. Bis zum nächsten Mal.